und dann kann man sofort loslegen dann starten ja ich muss noch schnell stream starten dann kann man das ja die normale aufnahme somit ich habe mir mein neues auto gegönnt für zehn euro ich habe mir gerade noch neue reifen und neuen inden sind ich habe für zehn euro diese credits geholt und dann dachte ich mir jetzt muss ja mal den groß muss das wagen ja ich wollte mir letztes auch so ein pack holen im store und dann aber hier kam wieder bitte gib uns mal deine personalausweis daten es war mir dann zu doof ich habe ein bisschen kohle auf dem konto weil ich mir das neue need for speed noch gekauft hatte 50 euro drauf gehauen und hat mir dann für 40 euro die for speed geholt haben wir so ist beim sechsten kommt ja das die for speed 6 oktober 6 november kommt ein neues need for speed ja ja dann muss die vielleicht beim geburtstagsgeschenk nochmal überlegen kostet auch nur 40 euro das ist ein bisschen besser läuft als was wir letzte woche so durchweg gezeigt haben da war wie gesagt ich halt nicht gerne mit ich auf sein und es wird hier beim tor grundsicht und kommt zu gut ja ich werde halt immer den letzten nehmen der beim start da ist jedenfalls das jetzt glaube ich markus ja immer nur beim start da kann man ja mal durch wechsel ich versuche immer ein bisschen mich vom ball zu entfernen der kam jetzt so schnell entgegen habe ich noch mitgenommen pass auf der kommt richtung tor ja ich heiße ich bin ich mal gekriegt wir haben wir haben doch also vier wir haben nämlich jemanden sind dort noch drin der will streitet euch jetzt zu dritt um den ball ja aber scheiße weil ich nur weg gerammt werde die ganze zeit dem stand total fast zum ball ich muss das auto gleich wechseln wieder ist habe ich habe jetzt mal weggebracht ich habe ich habe noch auf der linie rausgeholt moment ganze schluss schluck sie doch markus an ja dass wir beide gegen nicht mal aneinander bumsen ist doch klar baby ich bin ich wieder nach vorne also da geht in die mitte ist da jemand von euch gleich anschöpfen ich habe dann eigentlich direkt durchgebracht zur mitte man ich habe das weg zu bringen ich wollte es auch nur abwehren also der kommt scheiße der hat den vorbeigelegt an mir noch mal gehalten wieder blattens ich bin da vorne ja da konnte ich jetzt alles gut ich glaube ich habe dennoch so ein bisschen reingedreht von dem ich habe ich richtig weg bekommen erst ja dann habe ich ja noch mit erwischt ist da kam ich jetzt nicht mehr dran er kommt in die richtung das jetzt weg ja da gehe ich gehe ich gehe ich gehe ich habe ich dachte ich gehe halten da gehört sie etwas besser im winkel das ist ja sorry da machen wir jetzt auch mal nach vorne wo der könnte gehen weil ich habe den bisschen erwischt und er könnte genau da fährt hinten runter oder ja ja das ist das war da muss noch mal dahin da muss noch meinen schade ich habe schon gehalten ja ich dachte ich bleibe da mal weg müssen scheiße sehr schön lang gewesen ich hatte ich bin aber ich habe wunderbar ganz gerade du mich drunter nein der körper kommt besser drin ja der hatte so er ist unglücklich jetzt nach vorne abgeprallt ja das ist halt das wieder was ich meine wir kriegen die dinger vorne nicht rein und den machen sie den halt so da kommt noch einer scheiße ich habe noch vorne gespielt na ja ich sehe schon ich weiß gerade mal bei der abkörper halte ich bringe in die mitte seit der verknaden hat abgewehrt ja ja ich habe sie sehen schade schön aufgepasst nach drunter durch ja keine chance hat er da genau die in die ecke gebracht kam viel zu spät und dann kam nicht mehr hinterher zweimal war ein bisschen zu spät gekommen das war das erste spiel verloren neun kacke ja hat den leck mich doch am arsch hinter mir mein zweites tor weg der hätte mich alle der werden noch nie gewesen noch von denen scheiße ja ist das ärgerlich schon gehalten auf jeden fall das ding ja egal passt schon ja 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 frühstücken meine freundin ich habe meine freundin gefragt wie spät ist es zwei nach elf und so da muss ich ja mal ich bin schon seit keine ahnung 8 uhr oder so ich habe noch mitgespielt haben wir freuen hat er ziemlich blöd durch ja so ist ein scheiß potter der macht er nur noch die lassen sich immer so schlecht einschätzen wenn sie so nach unten gesegelt kommen ja ich weiß aber der gut gemacht der baut mancher baut die scheiße manchmal auch so dinge raus weißt er soll schon hat das ist mir ein neuer wie gesagt der neue controller die Wenn ich noch gute Zubekommen sehe. Ja, so ein Glücksding, ey. Ich hab ihn. Jetzt lass weg damit in die Ecke. Hab ihn. Oh, ist das hier? Wie geramme. Oh, Mann! Hier. Ich bin immer weg. ist die explodierte gerade nur bei mir das war raus irgendwie hat kein tor gehabt ich habe mich erwischt er prallt auch so geschissen ab der kommt zurück extra versucht schön abgewertt ja der kommt aber auch zurück fliegt das jetzt nicht gut hin ja verdammt der wollte ich mir auch auf michaelin männchen aber der kostet 800 credits das ist mein dickerchen da kommen jetzt noch ein ein ball da kommen jetzt kann man sich oder ist gut ja hier geht vorbei scheiße hat man nicht für mich hin so mal kurz ist ja das war baby und ich habe es noch versucht aber der komische bot von dmr macht immer das erste tor direkt ja 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 und dann und dann und dann und dann und dann